Lektion 1. Ausflug in die Stadt Hey Anna, warst du schon einmal in der Stadt? Ich habe gehört, es ist ein wunderschöner Ort für einen Besuch. Nein, aber ich würde gerne gehen. Was magst du am meisten daran? Die Stadt hat so viel zu bieten. Tolle Architektur, leckeres Essen und jede Menge kultureller Attraktionen. Ich denke, du würdest es wirklich genießen. Das klingt wunderbar. Ich wollte schon immer eine große Stadt erkunden. Wann könntest du gehen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Wir könnten den Zug nehmen und den Tag dort verbringen. Das funktioniert für mich. Ich kann es kaum erwarten, alle Sehenswürdigkeiten zu sehen und neue Restaurants auszuprobieren. Toll, dann ist es ein Plan. Ich bin sicher, wir werden eine fantastische Zeit haben. Ich freue mich riesig darauf. Danke, dass du mich eingeladen hast, John. Gar kein Problem. Das wird eine unvergessliche Reise. Lektion 2. Lebensmitteleinkauf Hey, Anna. Ich bin gerade einkaufen gegangen und habe ein paar tolle Angebote gefunden. Nett. Was für Angebote hast du gefunden? Nun, ich habe herausgefunden, dass Joghurt der Handelsmarke tatsächlich billiger ist als die Markenmarke und genauso gut. Das ist gut zu wissen. Ich ging immer davon aus, dass die Marke von besserer Qualität ist. Ich auch, aber die Zutaten sind so ziemlich die gleichen. Und die Handelsmarke kostet fast die Hälfte des Preises. Wow, das ist eine erhebliche Ersparnis. Das muss ich beim nächsten Einkauf im Hinterkopf behalten. Definitiv. Es sind Kleinigkeiten wie diese, die sich wirklich summieren und Ihnen helfen können, Geld zu sparen. Absolut. Danke für den Tipp, John. Ich muss das nächste Mal den Markenjoghurt probieren. Gar kein Problem. Ich freue mich, alle geldsparenden Entdeckungen, auf die ich stoße, mit Ihnen zu teilen. Lektion 3. Neue Aktivitäten ausprobieren Hey, Anna! Hast du jemals darüber nachgedacht, eine neue Sportart oder Aktivität auszuprobieren? Eigentlich ja. Ich wollte schon immer an einem Fitnesskurs teilnehmen oder einer Freizeitliga beitreten. Das ist großartig! An welche Art von Aktivitäten hast du gedacht? Ich überlegte, einen Tanzkurs zu besuchen oder vielleicht einer Fußballliga für Erwachsene beizutreten. Die beiden klingen nach einer Menge Spaß. Ich denke, du würdest es wirklich genießen, dich auf ein neues Hobby einzulassen. Ich stimme zu. Es wäre eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und neue Leute kennenzulernen. Exakt. Und man weiß nie. Vielleicht entdeckt man sogar ein verborgenes Talent. Das ist ein gutes Argument. Es lohnt sich immer, etwas Neues auszuprobieren, auch wenn es außerhalb ihrer Komfortzone liegt. Absolut. Ich sage, mach es. Du könntest dich selbst überraschen. Lektion 4. Enten im Teich Hey, Anna! Hast du neulich die Enten im Teich gesehen? Ja, habe ich. Es war so süß, ihnen beim Schwimmen zuzusehen. Sind sie nicht einfach die furchtlosesten kleinen Kreaturen? Das Wasser scheint sie überhaupt nicht zu stören. Ganz und gar nicht. Sie glitten einfach an der Oberfläche entlang und quackten davon. Exakt. Es ist erstaunlich, wie natürlich es für sie ist, im Wasser zu sein. Ich weiß. Es ist fast so, als wären sie zum Schwimmen geboren. Definitiv. Sie müssen sich in dem Teich wie zu Hause fühlen. Ich stimme zu. Es war schön, einfach nur zu sitzen und sie eine Weile zu beobachten. Definitiv eine friedliche kleine Szene. Ich freue mich, dass wir es beide genießen konnten. Lektion 5. Wochenendausflug Hey, Anna! Ich habe mich nach einer kurzen Flucht gesehnt. Irgendwelche Vorschläge für einen schönen Wochenendausflug? Oh, ein Wochenendausflug klingt perfekt. Lass mich nachdenken. Auf was für eine Stimmung stehst du? Irgendwo entspannend, abenteuerlich oder eine Mischung? HMM. Ich denke an einen friedlichen und malerischen Ort, an dem man vielleicht auch ein bisschen Neues entdecken kann. Kommen Ihnen irgendwelche Ideen in den Sinn? Nun, ein paar Stunden entfernt gibt es eine schöne kleine Stadt, die vielleicht genau das Richtige für Sie ist. Es hat eine wunderschöne natürliche Umgebung und einige wirklich bezaubernde Orte, die es zu erkunden gilt. Das klingt wunderbar. Wie lautet der Name der Stadt? Ich würde es gerne weiter untersuchen. Es heißt Willow Creek. Die Fahrt dorthin ist wunderschön und es gibt einige tolle Wanderwege, gemütliche B und BS und nette Geschäfte in der Innenstadt. Willow Creek. Verstanden. Scheint genau die Art von Ort zu sein, an den ich gedacht habe. Ich werde versuchen, einen Aufenthalt dort für dieses Wochenende zu buchen. Fantastisch. Ich denke, du wirst es lieben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Empfehlungen benötigen, sobald Sie mit der Planung beginnen. Werde ich machen. Vielen Dank für den tollen Vorschlag. Ich fühle mich schon entspannter, wenn ich nur daran denke. Lektion 6. Organisches Essen Hey Anna, ist dir aufgefallen, dass die Herren, die Bio-Gemüse essen und nicht aus den Flugzeugfenstern schauen, immer so zufrieden zu sein scheinen? Haha, ja. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ihr ruhiges, umweltbewusstes Auftreten hat einfach etwas an sich. Richtig. Es ist, als hätten Sie das Geheimnis waren Glücks gelüftet, Bio-Lebensmittel und das Vermeiden von Flugzeugfenstern. Genau. Vielleicht sollten wir Ihren Ansatz ausprobieren. Allerdings liebe ich einen guten Blick auf den Fensterplatz während des Fluges. Haha, stimmt. Wir können nicht all unsere kleinen Freuden aufgeben. Aber der Teil mit biologischem Essen klingt ansprechend. Ganz gewiss. Ich wollte sowieso mehr Bio-Produkte in meine Ernährung aufnehmen. Vielleicht können wir ein paar Rezepte austauschen. Unbedingt. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen für gesunde Mahlzeiten. Dies könnte der Beginn eines schönen biologischen Lebensstils sein. Einverstanden. Betrachte mich an Bord. Kein Gemüse mehr aus biologischem Anbau für uns. Hervorragend. Das wird gut für unsere Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden sein. Lektion 7. Die Vergangenheit erkunden. Hey Anna. Ich habe neulich über einige historische Ereignisse gelesen. Wussten Sie, dass die Weltbevölkerung in nur acht Jahren von rund einer Million auf viereinhalb Millionen gewachsen ist? Wow. Das ist eine unglaubliche Wachstumsrate. Was war der Zeitraum dafür? Es ereignete sich zwischen 1750 und 1800 während der industriellen Revolution. Faszinierend. Ich frage mich, welche Faktoren zu einer so schnellen Bevölkerungszunahme beigetragen haben. Nach dem, was ich gelesen habe, war dies hauptsächlich auf Fortschritte in der Landwirtschaft, Medizin und Abwasserentsorgung zurückzuführen. Diese Verbesserungen trugen dazu bei, die Sterblichkeitsraten zu senken. Das macht Sinn. Die industrielle Revolution muss auch zu vielen gesellschaftlichen Veränderungen geführt haben. Absolut. Es war eine transformative Zeit mit dem Anstieg der Urbanisierung und dem Wachstum der Mittelschicht. Es ist erstaunlich, wie viel sich in nur wenigen Jahrzehnten ändern kann. Die Geschichte ist so komplex und miteinander verknüpft. Definitiv. Es gibt immer mehr zu entdecken und über die Vergangenheit zu lernen. Lektion 8. Neutrale Dekorfarben Hey Anna! Ich dekoriere meine Wohnung neu und wähle ein neutraleres Farbschema. Was denkst du? Das ist eine großartige Idee, John. Neutrale Farben wie Weiß, Beige und Grau sind so vielseitig und einfach zu verarbeiten. Genau. Ich bevorzuge diese beruhigenden Töne den kräftigen, leuchtenden Farben. Sie lassen den Raum raffinierter und zeitloser wirken. Absolut. Neutrale Farbpaletten haben auch den Vorteil, dass sie sich leicht mit Accessoires ausstatten lassen. Mit Dekokissen, Kunstwerken und Dekorationsgegenständen können Sie ganz einfach Farbakzente setzen. Das ist ein gutes Argument. Ich habe auch darüber nachgedacht, etwas Grün hinzuzufügen, um ein natürliches Element einzubringen. Vielleicht ein paar Pflanzen im Raum. Pflanzen würden wunderschön aussehen. Sie verleihen einen schönen organischen Touch, um die neutralen Töne auszugleichen. Ich freue mich darauf, loszulegen. Ich denke, das wird bei mir eine wirklich entspannte, raffinierte Atmosphäre schaffen. Ich bin mir sicher, dass es großartig wird. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Dekorationstipps benötigen, während Sie daran arbeiten. Werde ich machen. Danke, Anna. Ich weiß den Rat zu schätzen. Lektion 9. Würzige Hühnchenpfanne Hey, Anna. Ich habe die tollste Hühnchenpfanne zum Abendessen gemacht. Du musst es versuchen. Oh, das klingt köstlich. Welche Geschmacksrichtungen hast du verwendet? Es hat diese unglaubliche Mischung aus exotischen Gewürzen, Kreuzkümmel, Chili-Pulver, Ingwer. Und ich habe es mit Tonnen von frischem Gemüse beladen. MMM. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Pfannengerichte sind eine großartige Möglichkeit, eine Menge Nährstoffe aufzunehmen. Definitiv. Und das Beste daran ist, dass alles so schnell zusammenkommt. Perfekt für ein einfaches Essen unter der Woche. Ich kann es kaum erwarten, mehr zu hören. Was für Hühnchen hast du benutzt? Und welches Gemüse hast du hinzugefügt? Ich habe mich für zarte Hähnchenschenkel entschieden. Und zum Gemüse gehören Brokkoli, Paprika, Zuckererbsen und Champignons. Lecker. Das klingt nach einem so lebendigen und würzigen Gericht. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Nun komm rüber und ich mache dir einen Teller. Ich habe mehr als genug gemacht. Lektion 10. Ersparnisse im Lebensmittelgeschäft. Hey, Anna. Ich bin gerade vom Supermarkt zurückgekommen. Du wirst nie erraten, was ich im Angebot gefunden habe. Oh, was ist das? Hast du irgendwelche guten Angebote gemacht? Ja, in der Molkerei gab es tolle Spezials. Ich habe mich mit Käse und Joghurt eingedeckt. Das ist genial. Milchprodukte können so teuer werden. Also ist es toll, wenn sie vergünstigt sind. Exakt. Und mir ist auch aufgefallen, dass sie in der Fleischabteilung einen wirklich guten Verkauf an Hähnchenbrust hatten. Hühnchen ist ein so vielseitiges Protein. Du kannst so viel damit machen. Das muss ein toller Fund gewesen sein. Definitiv. Ich habe mir ein paar zusätzliche Pakete geschnappt, weil es so ein guter Preis war. Diese Woche muss ich kreativ mit Rezepten werden. Werde ich machen. Danke, Anna. Ich stelle mir schon all die köstlichen Hühnchengerichte vor, die wir zubereiten können. Hey, Anna. Ich habe gerade diesen Artikel über jemanden gelesen, der einen wirklich schlechten Tag hat. Oh nein, das ist schade. Was ist passiert? Anscheinend erhielten sie einige wirklich frustrierende Neuigkeiten und fühlten sich darüber sehr niedergeschlagen. Oh, das ist hart. Es ist immer schwer, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ja, aber weißt du, was sie gesagt haben? Trotz allem betrachten sie sich immer noch als die glücklichste Person. Wow, das ist so ein positiver Ausblick. Es ist so einfach, sich auf das Negative zu konzentrieren. Aber sich stattdessen für Dankbarkeit zu entscheiden, ist so mächtig. Exakt. In dem Artikel ging es darum, wie sie all die Segnungen erkannten, die sie haben, auch an einem schlechten Tag. Das ist eine großartige Perspektive. Das ist eine gute Erinnerung daran, dass wir uns glücklich schätzen sollten, auch wenn wir Schwierigkeiten haben. Definitiv. Es brachte mich dazu, innezuhalten und über all die Dinge nachzudenken, für die ich dankbar bin, auch an meinen härteren Tagen. Lektion 12. Nachhaltiges Einkaufen Hey Anna, ich habe im Supermarkt über diese neue Initiative für nachhaltigere Produkte gelesen. Oh, das ist wirklich interessant. Welche nachhaltigen Produkte bieten Sie an? Nun, Sie heben Dinge wie Bioprodukte, umweltfreundliche Reinigungsmittel und resisalbare Verpackungen hervor. Das ist toll zu hören. Es ist so wichtig, dass Geschäfte den Käufern nachhaltigere Optionen bieten. Definitiv. Und Sie bieten einige Sonderaktionen und Rabatte an, um die Leute zu ermutigen, diese Produkte auszuprobieren. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist von entscheidender Bedeutung, nachhaltige Entscheidungen erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Absolut. Ich bin wirklich gespannt, wie die Kunden reagieren und ob das zu dauerhaften Veränderungen führt. Ich auch. Ich denke, viele Leute wollen nachhaltiger einkaufen, wissen aber nicht immer, wo sie anfangen sollen. Exakt. Dies könnte eine großartige Möglichkeit sein, Menschen auf bequeme Weise umweltfreundliche Alternativen vorzustellen. Lektion 13. Sanitärprobleme Guten Morgen, Anna. Ich habe einen undichten Wasserhahn zu Hause. Hast du irgendwelche Tipps, wie man das beheben kann? Hallo, John. Das ist ein häufiges Klempnerproblem. Zuerst müssen Sie die Wasserversorgung dieses Wasserhahns abstellen. Okay, das mache ich. Was ist der nächste Schritt? Als nächstes sollten Sie den Wasserhahngriff und den Zierring entfernen, um an das Innenleben zu gelangen. Ich hab's. Und dann tausche ich die Waschmaschine aus, oder? Exakt. Das Auswechseln der abgenutzten Waschmaschine sollte das Leck schließen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser langsam wieder einschalten, um zu überprüfen, ob noch Tropfen zurückbleiben. Klingt einfach genug. Ich probiere es mal aus. Danke für den hilfreichen Rat, Anna. Kein Problem, John. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie auf andere Probleme mit der Klempnerarbeit stoßen. Ich helfe gerne mit. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen. Hey, Anna. Ich habe eine Idee für unser Verkaufsteam. Was hältst du davon, Exklusivität anzubieten, wenn Sie Ihre Ziele konsequent erreichen? HMM. Das ist ein interessanter Vorschlag. John. Wie würde das genau funktionieren? Nun, wenn das Team seine Verkaufsziele für einen bestimmten Zeitraum erreicht, könnten wir ihm die Exklusivrechte für bestimmte Produkte oder Gebiete geben. Ich verstehe. Das könnte ein guter Motivator sein. Es könnte helfen, die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben. Exakt. Außerdem würde es dem Team ein Gefühl von Eigenverantwortung und Verantwortung geben. Macht Sinn. Wir müssten klare Kriterien und Parameter festlegen. Aber ich denke, es lohnt sich, das weiter zu untersuchen. Absolut. Lassen Sie uns einen Vorschlag zusammenstellen und ihn vom Rest des Führungsteams durchgehen lassen. Hört sich gut an. Ich fange an, an den Details zu arbeiten. Netter Gedanke. John. Danke, Anna. Danke für Ihre Unterstützung dabei. Lektion 15. Treffen am Morgen. Guten Morgen, Anna. Gehen wir zum Eingangsschild für unser Treffen um 8 Uhr und 45 Minuten? Hallo, John. Ja, lass uns gehen. Ich freue mich auf die Diskussion. Das Gleiche hier. Ich frage mich, wie die Tagesordnung dieses Mal aussehen wird. Das wäre toll. Ich bin gespannt, wie die ersten Verkäufe laufen. Ich auch. Und vielleicht bekommen wir einen Einblick in die Marketingstrategie. Guter Punkt. Es wird interessant sein zu sehen, wie Sie das Produkt bewerben wollen. Absolut. Sollen wir gehen. Möchte nicht zu spät zum Meeting kommen. Definitiv nicht. Lass uns rüber gehen. Das sollte eine produktive Sitzung werden. Lektion 16. Das letzte Abendmahl. Hey, Anna. Wusstest du, dass ein anderes berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci das letzte Abendmahl heißt? Wirklich. Ich kannte die Mona Lisa nur als eines seiner berühmten Werke. Ja, das letzte Abendmahl ist ein weiteres ikonisches Meisterwerk. Es zeigt das letzte Mal, das Jesus vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern teilte. Faszinierend. Ich würde gerne mehr über die Symbolik und Bedeutung dieses Gemäldes erfahren. Nun, es gilt als wegweisendes Werk der hocheren Eissangse. Die Zusammensetzung und Verwendung der Perspektive sind bemerkenswert. Das kann ich mir vorstellen. Da Vinci war in vielerlei Hinsicht wirklich ein Genie. Absolut. Das letzte Abendmahl ist ein wahrer Beweis für sein künstlerisches Können und seinen innovativen Ansatz. Ich muss mir eine Notiz machen, um dieses Gemälde genauer zu untersuchen. Es klingt wie ein faszinierendes Kunstwerk. Definitiv. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen dazu haben. Ich freue mich immer, über da Vinci's bemerkenswerte Beiträge zu sprechen. Lektion 17. Twain's Reisen Hey Anna, wusstest du, dass Marc Twain's Werke auch heute noch viel gelesen und geschätzt werden? Oh, ja. Twain war ein so produktiver und einflussreicher amerikanischer Autor. Ich bin besonders fasziniert von seinen Reisen um die Welt. Ich auch. Seine Bücher wie The Innocence Abroad und Following The Equator bieten so lebendige und aufschlussreiche Berichte über seine globalen Abenteuer. Absolut. Twain hatte die Gabe, die Essenz verschiedener Kulturen und Landschaften mit seinem für ihn typischen Witz und Beobachtungsgabe einzufangen. Definitiv. Sein Schreiben erweckt diese Reisen auf faszinierende Weise zum Leben. Ich stimme zu. Twain's Werke werden für ihre anhaltende Relevanz und die zeitlose Qualität seines Geschichtenerzählens geschätzt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Seine Bücher haben den Test der Zeit bestanden und begeistern und inspirieren weiterhin Leser auf der ganzen Welt. Es ist erstaunlich, wie Twain's Reiseberichte und soziale Kommentare auch heute noch so großen Anklang finden. Er war wirklich ein literarischer Pionier. Absolut. Twain's Vermächtnis als berühmter Weltreisender und berühmter Autor ist unbestreitbar. Lektion 18. Eine spannende Wochenendreise Hey Anna, ich habe einen aufregenden Wochenendtrip geplant. Möchtest du einige Aktivitäten zu unserer Reiseroute hinzufügen? Hört sich toll an, John. Was hattest du im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten mit einer Wanderung im nahegelegenen Naturschutzgebiet beginnen. Es hat wunderschöne Wanderwege und atemberaubende Ausblicke. Perfekt. Das wäre eine wunderbare Art, den Morgen zu verbringen. Was hattest du noch im Sinn? Ich dachte auch, wir könnten am Nachmittag das neue Kunstmuseum in der Innenstadt besuchen. Sie haben eine Sonderausstellung über impressionistische Gemälde. Oh, das klingt wunderbar. Dann haben wir einen ganzen Tag voller Aktivitäten. Genau. Und um das Ganze abzurunden, habe ich einen Tisch in dem neuen Restaurant reserviert, von dem alle zum Abendessen geschwärmt haben. Wow, John. Du hast wirklich eine fantastische Wochenendreise zusammengestellt. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich so, dass du dich darauf freust. Ich denke, es wird ein wunderbares Wochenende. Lektion 19. Galileo und das heliozentrische Modell Hey Anna, wusstest du, dass die Idee, dass sich die Erde um die Sonne dreht, zuerst von Galileo Galilei vorgeschlagen wurde? Wirklich. Ich dachte lange Zeit, die Erde sei der Mittelpunkt des Universums. Ja, das stimmt. Jahrhundertelang war das geozentrische Modell mit der Erde im Mittelpunkt die gängige Ansicht. Doch Galileos Beobachtungen mit seinem Teleskop stellten das in Frage. Was beobachtete er, was ihn dazu veranlasste, vorzuschlagen, dass die Erde stattdessen die Sonne umkreist? Galileo bemerkte, dass die Venus ähnliche Phasen wie der Mond durchlief, was darauf hindeutete, dass sie die Sonne umkreisen muss. Er beobachtete auch Monde, die den Jupiter umkreisen, ein weiterer Beweis, der gegen das erdzentrierte Modell spricht. Faszinierend. Mir war nicht bewusst, dass Galileo eine so zentrale Rolle bei der Etablierung des heliozentrischen Modells gespielt hat. Absolut. Seine Ergebnisse waren zu dieser Zeit revolutionär, obwohl die katholische Kirche die Idee zunächst ablehnte. Es ist erstaunlich, wie Galileos wissenschaftliche Entdeckungen tief verwurzelte Überzeugungen in Frage stellen könnten. Seine Arbeit ebnete wirklich den Weg für unser modernes Verständnis des Sonnensystems. Definitiv. Galileo war ein wahrer Pionier der modernen Astronomie. Lektion 20. Babbage und der mechanische Taschenrechner Hey Anna, wusstest du, dass Charles Babbage, ein englischer Mathematiker, den ersten mechanischen Taschenrechner entworfen hat? Nein, das wusste ich nicht. Ich bin neugierig, mehr zu erfahren. Babbage hatte die Idee für eine Analytical Engine, die komplexe Berechnungen automatisch durchführen kann. Zu dieser Zeit war es ein revolutionäres Konzept. Wow, das ist beeindruckend. Wie hat seine Maschine funktioniert? Babages Design verwendete Lochkarten zum Speichern und Eingeben von Daten, ähnlich wie frühe Computer funktionierten. Die Maschine konnte dann arithmetische Operationen ausführen und die Ergebnisse speichern. Das ist faszinierend. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Vorläufer moderner Computer wäre. Genau. Babages Arbeit legte den Grundstein für die Entwicklung von Computern, obwohl seine eigentliche Maschine zu Lebzeiten nie vollständig gebaut wurde. Das ist schade. Ich kann mir vorstellen, es wäre toll gewesen, es in Aktion zu sehen. Definitiv. Babbage war seiner Zeit wirklich voraus. Leider schien die Regierung nicht allzu sehr daran interessiert zu sein, seine innovative Arbeit zu finanzieren. Lektion 21. Kurzurlaube auf dem Land Hey Anna, hast du vor, diesen Sommer in die Hütte zu gehen? Ja, meine Familie verbringt normalerweise jedes Jahr ein paar Wochen in der Hütte. Es ist so eine schöne Flucht aus der Stadt. Ich stimme zu. Das Haus ist der perfekte Sommerrückzugsort. Manche Leute leben sogar die ganze Saison dort. Das stimmt. Ich kenne ein paar Leute, die praktisch von Mai bis September in der Hütte leben. Wow, das muss das Leben sein. Ich wollte diesen Cotage-Lifestyle schon immer für einen längeren Zeitraum erleben. Es ist ziemlich idyllisch. Die meisten Leute gehen nur für ein oder zwei Wochen, aber die eingefleischten Cotage-Liebhaber machen es zu ihrem zweiten Zuhause. Nun, vielleicht können wir irgendwann einen Wochenendausflug dorthin planen. Ich würde gerne sehen, was es mit dem Landhausstil auf sich hat. Das ist eine tolle Idee. Ich bin sicher, du würdest es lieben. Die frische Luft, der See, die Lagerfeuer. Es ist so entspannend. Klingt perfekt. Wir müssen uns bald überlegen, ein Ferienhaus für ein Wochenende zu mieten. Lektion 22. Die Erfindung der Glühbirne Hey Anna, hast du von dem jüngsten Durchbruch in der Glühbirnentechnologie gehört? Nein, was passiert mit Glühbirnen? Forscher haben eine neue Art von Glühbirne entwickelt, die jahrelang hell leuchten kann, ohne auszubrennen. Wow, das ist unglaublich. Wie haben sie es geschafft, eine Glühbirne herzustellen, die so lange hält? Offenbar haben sie einen Weg gefunden, effizientere Materialien und Designs zu verwenden, die die Lebensdauer der Glühbirne erheblich verlängern. Das ist unglaublich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sehr das die alltägliche Beleuchtung grundlegend verändern könnte. Genau. Es wird die Art und Weise, wie wir über Beleuchtung in unseren Häusern und Unternehmen denken, revolutionieren. Ich wette, das wird auch einen großen Einfluss auf die Energieeffizienz und die Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks haben. Absolut. Dieser Durchbruch könnte zu einer nachhaltigeren Zukunft der Beleuchtung führen. Lektion 23. Einen Geschäftsabschluss aushandeln Hallo Anna. Ich habe eine spannende Gelegenheit, die ich gerne mit dir besprechen würde. Oh, wirklich. Was ist der Deal? Ein Unternehmen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, möchte mit uns an einem neuen Projekt zusammenarbeiten. Sie schlagen eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung für alle Beteiligten vor. Das klingt vielversprechend. Welche Art von Vereinbarung schlagen Sie vor? Sie bieten einen Teil der Gewinne als Gegenleistung für unser Fachwissen und unsere Ressourcen an. Es könnte eine großartige Gelegenheit für uns sein, unser Geschäft auszubauen. Das ist interessant. Wann sollten wir Ihrer Meinung nach ein Treffen vereinbaren, um die Einzelheiten zu besprechen? Tolle Idee. Lass mich unsere Zeitpläne überprüfen und sehen, wann wir uns alle treffen können. Ich werde sicherstellen, dass ich Ihnen die Einladung zum Treffen schicke. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf, mehr über diese mögliche Partnerschaft zu erfahren. Ich auch. Ich denke, es könnte ein wirklich aufregendes und nützliches Unterfangen für uns sein. Das ist toll zu hören. Welche Aktivitäten haben dir Spaß gemacht? Nun, ich habe es durcheinander gebracht, ein bisschen Laufen, etwas Krafttraining und sogar etwas Yoga. Wow! Das ist großartig! Sport kann eine so unterhaltsame und unterhaltsame Art sein, Gesundheit und Fitness zu erhalten. Unbedingt! Ich habe festgestellt, dass ich mich jetzt tatsächlich auf meine Workouts freue, anstatt sie als lästige Pflicht zu betrachten. Das ist fantastisch! Es ist erstaunlich, wie positiv sich Bewegung sowohl auf unser körperliches als auch auf unser geistiges Wohlbefinden auswirken kann. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es hat das Spiel für mich verändert, sowohl in Bezug auf mein Energieniveau als auch auf meine allgemeine Stimmung. Ich freue mich wirklich, das zu hören. Vielleicht können wir sogar irgendwann anfangen, zusammen zu trainieren. Hallo Anna! Ich wollte schon immer mal Malen ausprobieren. Hast du irgendwelche Tipps für Anfänger? Hey John! Malen kann eine Menge Spaß machen. Als Anfänger würde ich empfehlen, mit Acrylfarben zu beginnen. Sie sind einfach zu bearbeiten und zu reinigen. Versuchen Sie, einfache Landschaften oder Stillleben zu malen, um den Dreh rauszubekommen. Das ist eine tolle Idee! Was ist mit Pinseln? Was für eine sollte ich nehmen? Für Anfänger würde ich vorschlagen, sich ein Variantenpaket mit unterschiedlich großen Pinseln zu besorgen. Auf diese Weise können Sie experimentieren und herausfinden, was für Sie am besten funktioniert. Flach- und Rundbürsten sind am vielseitigsten. Fantastisch! Danke! Und was ist mit den Vorräten? Was brauche ich noch, um loszulegen? Nun, du brauchst eine Leinwand oder Papier, Farben, eine Palette zum Mischen der Farben und eine Tasse Wasser zum Reinigen deiner Pinsel. Oh, und vergiss nicht eine Schürze oder alte Klamotten. Beim Malen kann es etwas chaotisch werden. Haha, guter Punkt. Okay, ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Vorstellung davon, was ich jetzt brauche. Ich freue mich wirklich darauf, es auszuprobieren. Ich bin sicher, du wirst es großartig machen. Hab einfach Spaß damit und lass dich nicht zu sehr darauf ein, es perfekt zu machen. Der Prozess ist der beste Teil. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Vielen Dank für den Rat, Anna. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Lektion 26 Barcelona erkunden Hey, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, eine Reise nach Barcelona zu machen. Was denkst du? Barcelona klingt unglaublich. Die Architektur dort ist atemberaubend. Besonders die von Gaudi entworfenen Gebäude. Und die Strände sollen wunderschön sein. Das habe ich auch gehört. Der Strandteil spricht mich wirklich an. Was gibt es sonst noch in Barcelona zu tun? Oh, es gibt so viel. Das gotische Viertel ist wirklich bezaubernd, mit seinen engen Gassen und Plätzen. Und die Futszene ist unglaublich. Überall Tapas-Bars. Und vergessen Sie nicht, La Rambla zu besuchen, die berühmte, von Bäumen gesäumte Fußgängerzone. Tapas und Gaudi. Hm? Das klingt genau nach meinem Geschmack. Gibt es noch andere Sehenswürdigkeiten, die du empfehlen würdest? Nun, sie dürfen die Sagrada Familia, Gaudis ikonische Unvollendete Kathedrale, nicht verpassen. Und das Picasso-Museum ist fantastisch, wenn sie ein Kunstliebhaber sind. Oh, und für die Aussicht musst du eine Seilbahn auf den Montjuich nehmen. Wow, es scheint, als gäbe es keinen Mangel an Dingen zu tun. Ich freue mich sehr auf diese Reise. Das werde ich auf jeden Fall. Vielen Dank, Anna. Das hilft mir wirklich, mich auf Barcelona zu freuen. Lektion 27. Meinen Weg finden Hey, Anna. Ich wollte dir von dieser verrückten Erfahrung erzählen, die ich neulich gemacht habe. Oh, was ist passiert? Ist etwas Aufregendes passiert? Das könnte man sagen. Ich bin in einem Teil der Stadt herumgelaufen, mit dem ich nicht allzu vertraut bin, und am Ende habe ich mich völlig verirrt. Oh nein, das muss stressig gewesen sein. Wie hast du deinen Weg zurückgefunden? Nun, ich bin gefühlt ewig umhergewandert und habe versucht herauszufinden, wo ich war. Ich fing an, ein bisschen in Panik zu geraten. Das kann ich mir vorstellen. Was hast du gemacht? Schließlich entdeckte ich diesen wirklich netten Passanten, der merkte, dass ich mich verirrt hatte. Sie fragten, ob ich Hilfe bräuchte und wiesen mich in die richtige Richtung. Das ist so nett von Ihnen. Ich freue mich, dass jemand da war, um dir zu helfen. Ich auch. Es war eine große Erleichterung. Ich fand schließlich meinen Weg zurück, aber es war ein ziemliches Abenteuer, dorthin zu gelangen. Lektion 28. Tierarztbesuch Hey Anna, ich muss dir von der kürzlichen Reise meiner Katze zum Tierarzt erzählen. Oh nein, was ist passiert? Geht es deiner Katze gut? Ja, jetzt geht es ihr gut. Aber ich glaube nicht, dass sie sich über den Besuch sehr gefreut hat. Haha, Katzen können ziemlich dramatisch sein, wenn es um den Tierarzt geht, oder? Das hast du richtig verstanden. Sobald wir in der Tierarztpraxis ankamen, fing sie an, einen Sturm zu miauen. Oh, armes Ding! Auf was musste sie reingehen? Nur ihre Routineaufnahmen und ihre Untersuchung. Aber du würdest denken, ich hätte sie zur Guillotine gebracht, so wie sie weitergemacht hat. Haha, ich kann es mir vorstellen. Katzen können manchmal solche Dieven sein. Ernsthaft! Der Tierarzt musste sie praktisch aus der Trage heraushebeln. Sie war keine glückliche Camperin. Lektion 29. Sich nicht ganz auf der Höhe fühlen Hey, Anna! Ich wollte dich wissen lassen, dass es mir letzte Woche nicht so gut ging. Oh nein, was ist passiert? Bist du jetzt okay? Ja, mir geht es besser. Danke. Ich hatte ein paar Tage lang heftige Halsschmerzen und Fieber. Das klingt wirklich unangenehm. Bist du zum Arzt gegangen? Das habe ich getan, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Der Arzt sagte, es sei wahrscheinlich nur eine Virusinfektion. Nun, ich bin froh, dass es nichts allzu Ernstes war. Mit Fieber umzugehen ist das Schlimmste. Erzähl mir davon. Ich fühlte mich ein paar Tage lang völlig unglücklich. Ich konnte nichts geheim halten. Pfui, das ist das Schlimmste. Ich hoffe, du konntest dich wenigstens ausruhen und es ruhig angehen lassen. Das ist genau das, was der Arzt verordnet hat. Viel Flüssigkeit, viel Schlaf und ich übertreibe mich nicht zu sehr. Lektion 30. Die Freude eines Bücherwurms Hey Anna, hast du von der Eröffnung der neuen Bibliothek in der Innenstadt gehört? Es klingt nach dem perfekten Ort, um einen entspannten Nachmittag zu verbringen. Guten Morgen, John. Ja, ich habe darüber gelesen. Sie sagen, es hat die erstaunlichste Auswahl an alten und neuen Büchern. Vor dem Einsteigen zu lesen, klingt wie ein Plan. Ich freue mich wirklich darauf, in ihren Regalen zu stöbern. Ich auch. Ich wette, wir können dort einige versteckte Juwelen finden. Es wäre die perfekte Flucht aus dem Alltagstrott. Absolut. Ein gutes Buch kann dich wirklich in eine andere Welt entführen, findest du nicht? Definitiv. Es ist, als würde man seinem Geist einen kleinen Urlaub gönnen. Genau. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Schätze die neue Bibliothek bereithält. Das Gleiche hier. Sicher gehen wir beide mit einem Stapel Bücher, in die wir eintauchen können. Ich freue mich riesig darauf. Es wird wunderbar werden. Lektion 31. Der zeitlose Charme von Vinyl Hey Anna, wusstest du, dass die Leute heutzutage immer noch Schallplatten sammeln? Guten Morgen, John. Ja, ich habe vom Wiederaufleben von Vinyl gehört. Es ist erstaunlich, dass die alte Technologie ihren Charme bewahren konnte. Unbedingt. Trotz aller Fortschritte in der digitalen Musik scheint es den Menschen nicht gelungen zu sein, den einzigartigen Klang des Phonografen zu bewahren. Du hast recht. Das Knistern und die Wärme von Vinyl haben einfach etwas Besonderes an sich, das digitale Musik nicht ganz nachahmen kann. Definitiv. Es ist wie ein Rückfall in eine einfachere Zeit, als die Leute wirklich Musik hörten, anstatt sie nur im Hintergrund laufen zu lassen. Ich stimme zu. Es ist ein konzentrierteres und intimeres Hörerlebnis. Kein Wunder, dass Vinyl ein solches Comeback erlebt hat. Genau. Vielleicht muss ich meinen alten Plattenspieler abstauben und wieder anfangen, meine Sammlung aufzubauen. Das ist eine tolle Idee. Ich wette, du könntest in dem neuen Plattenladen, der gerade eröffnet wurde, ein paar echte Juwelen finden. Oh, das muss ich mir ansehen. Danke für den Tipp, Anna. Lektion 32 Die urbane Oase erkunden Hey, Anna. Warst du schon in dem neuen Park, der gerade in der Innenstadt eröffnet wurde? Guten Morgen, John. Ja, ich habe davon gehört. Ich will sicher gehen. Gibt es einen großen Park direkt vor dem Büro? Ich möchte sicher gehen? Ja, das ist es. Es soll eine schöne kleine Oase mitten in der Stadt sein. Wunderbar. Ich muss in meiner Mittagspause einen Spaziergang darin machen. Ein bisschen frische Luft und viel Grün wären eine nette Abwechslung. Definitiv. Es ist der perfekte Ort, um der Hektik des Büros für eine Weile zu entfliehen. Absolut. Ich wette, Sie haben ein paar schöne Wanderwege und vielleicht sogar einen kleinen Teich oder so. Genau. Ich freue mich sehr darauf, es zu erkunden. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, während des Tages neue Energie zu tanken. Ich auch. Es ist immer gut, diese kleinen Taschen der Ruhe zu haben. Findest du nicht? Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich bin mir sicher, dass es ein neuer Lieblingsplatz für viele Leute werden wird. Lektion 33. Die Vor- und Nachteile des Wohnens in einer Wohnung Hey, Anna. Ich habe gehört, dass du nach einer neuen Wohnung suchst. Hattest du bisher Glück? Hallo, John. Ja, ich habe gesucht und ein paar vielversprechende Optionen gefunden. Eine ist mir besonders aufgefallen. Das ist großartig. Was magst du an diesem? Nun, die Lage ist perfekt und es hat viele der Annehmlichkeiten, die ich suche. Das Einzige, worüber ich mir nicht sicher bin, ist die Kaution. Ich verstehe. Gibt es eine Frist für das Auschecken, um die Kaution zurückzubekommen? Das ist eine gute Frage. Ich muss die Details dazu noch einmal überprüfen. Das ist eine wichtige Überlegung. Absolut. Sie möchten sich nicht von versteckten Gebühren oder strengen Richtlinien überraschen lassen. Exakt. Ich möchte sicher gehen, dass ich alle Bedingungen verstehe, bevor ich etwas unterschreibe. Kluger Schachzug. Es ist immer besser, im Wohraus informiert zu werden, besonders bei etwas so Großem wie einer neuen Wohnung. Lektion 34. Die Freuden einer wohlverdienten Pause Hey Anna, hast du irgendwelche lustigen Pläne für das bevorstehende lange Wochenende? Guten Morgen, John. Ich freue mich wirklich auf eine Pause vom Alltagstrott, findest du nicht? Unbedingt. Eine kleine Auszeit kann Wunder bewirken, um uns zu entspannen und neue Energie zu tanken. Exakt. Ich denke darüber nach, einen kleinen Ausflug aufs Land zu machen. Schnappen Sie sich frische Luft und genießen Sie die Ruhe. Das klingt wunderbar. Ein Szenenwechsel kann so erfrischend sein. Ich stimme zu. Es wird die perfekte Gelegenheit sein, sich von der Technologie zu trennen und einfach zu entspannen. Definitiv. Manchmal müssen wir uns alle nur für ein bisschen von der Hektik entfernen. Exakt. Ich bin mir sicher, dass ich mich erholt und bereit fühle, die nächste Herausforderung anzugehen. Das ist der Geist. Genieß deine wohlverdiente Pause, Anna. Du hast es dir verdient. Lektion 35. Positiv bleiben. Hey, Anna. Ich fühle mich in letzter Zeit etwas niedergeschlagen. Ich kann einfach keine Pause einlegen. Es tut mir leid, das zu hören, John. Aber lass dich nicht entmutigen. Die Dinge werden besser werden. Da bin ich mir sicher. Ich weiß. Ich weiß. Manchmal ist es einfach schwer, positiv zu bleiben. Weißt du? Absolut. Aber denken Sie daran, dass jede Wolke einen Silberstreif am Horizont hat. Konzentrieren Sie sich auf die guten Dinge, die Sie haben, und nicht auf das, was fehlt. Du hast recht. Ich sollte dankbar sein für das, was ich habe. Es könnte immer schlimmer sein. Exakt. Und wer weiß. Vielleicht ist etwas Tolles gleich um die Ecke. Du musst hoffnungsvoll bleiben. Du bist eine gute Freundin, Anna. Danke für das Aufmunterende-Gespräch. Mir geht es schon ein bisschen besser. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Dafür sind Freunde da. Lass uns jetzt etwas Lustiges machen und deine Gedanken von deinen Sorgen ablenken. Klingt nach einem Plan. Führt den Weg.